Freunde, wie wir heute 24 Stunden bei Ikea verbringen. Es wird geistkrank und Kevin habe ich dabei. Leute, wir haben auch sehr, sehr nice Sachen hier am Start. Werdet ihr ihn später sehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erst mal rein. Lasst uns mal eine Runde frühstücken. Ich habe auch eine Warnweste mit. Ja, ja, das wird halt sehr, sehr lustig. Ich will erst mal ins Bällebad, wenn das geht. Ja, Leute. Guck mal, er hat auch eine Warnweste. Ich zieh jetzt mal eine mal an. Leute, ganz wichtig, wir haben bei Kevin auch ein Video gedreht. Checkt es gerne ab. Werde ich euch unten verlinken, sobald es online ist. Mann, mein Hut fehlt, aber egal. So, ich würde sagen, als erstes, Kevin, wir gehen jetzt erst mal eine Runde frühstücken. Wir gehen erst mal da ins Bällebad. Und dann auch mal frühstücken. Guck mal, da ist das Absperrband. Nimm das Band mit. Komm, schnell. Du bist der beste Absperrband. Komm, jetzt lass mal hochfahren. Aber wir haben eine Drehgängigung, wir dürfen hier drehen. Weißt du was? Was? Ich bin Klaus, der Sicherheitschef. Wenn einer fragt. Komm, wir gehen mal gucken. Erst mal, hast du, hast du, äh, Wetbull mitgenommen? Ja, ja. Wollen wir, komm, wollen wir uns ein bisschen was trinken? Ich will mich erst mal kurz eine Runde hinlegen. Ich hab heute den ganzen Tag geackert, ja? Hab hier die ganze Zeit geguckt, dass hier keiner irgendwie Müll baut. Was ist denn das? Gehen bei euch die Treppen auch immer ins Nichts? Nee. Da steht ja schon einer. Ist da noch Platz? Ja. Ja. Wann kommst du das total, also wirklich? Ja. Oh, ich muss erst mal auch mal eine Runde hinlegen. Das Badezimmer, ich geh mal mit auf die Toilette, Kevin, ne? Aber zieh ruhig. Ja. Nicht, dass das da gleich stinkt. Ja, warte mal, ich geb mal, ich geb mal eine Runde aus. Ausgeben? Ja, ja. Stefan möchte auch rein. Ich will auch mal hier was Schönes. Du hast ja einen Gönner-G. Ja, halt mal hier. Warum gönnst du mir nicht mal einen? Ja, ich guck mal, ob der gut ist. Lass mal kurz testen. Schmeckt der? Ist ein bisschen warm. Boah. Mh. Ne. Ist nicht gut. Lass mich mal die Toiletten testen hier. Ja. Ja. Die gehen nicht ganz, Kevin. Was ist denn das Problem? Ich bin hier Sicherheitsbeauftragter. Funktionsfähige Toiletten. Marvin, die funktionieren doch, was jetzt hier? Ist festgeklebt. Ja gut, dann gucken wir mal weiter. Ich will jetzt erst mal eine Runde duschen. Lass mich jetzt bitten. Ja, mach mal. Ein bisschen Privatsphäre, Mann. Ja, guck mal hier, ich mach zu. Oh, was machst du denn da? Ja, scheiß geht nicht. Leute, Ikea ist heut zu. Ist Feierabend. So, Freunde. Es dauert auch immer noch, bis sie hier alle schießen. Deshalb haben wir uns hier schon mal hingesetzt und essen eine Runde. Guck mal hier. Ja. Lass dir schmecken, Kevin, ne? Ja, danke. Guten Appetit. So. Der schmeckt gar nicht. Toiletten gehen hier nicht. Weißt du, ich lass den, ich kipp mal ein bisschen ins Glas ein. Vielleicht will auch noch mal mit mir anderes was trinken. Nimm das Glas mal mit. Ja, mach ich auch. Lass mal jetzt los. Ach, das Brötchen steht auch noch hier. Der kann doch nicht trinken. Komm. Komm, wir gehen weiter. Teste mal, wie gut die Bettqualität ist. Mach nen Guten, schrei dabei. Huh. Nicht, dass du den Kopf freilst. Ja. Lass mal weiter gucken, was es noch so gibt bei Ikea. Wir müssen auch bald wieder essen. Wir haben noch viel getrunken. Lass mal ne Runde spielen. Was ist das denn? Ja, bau das mal auf. Was ist'n das jetzt? keine ahnung kaputt schaut mal hier ist die kinderabteilung ich nehme jetzt ein torö mit ich gehe schlafen lass mich jetzt mal in ruhe hier ist es bequem da ja ich habe torö auch mitgenommen ja ja dann erstmal dir eine schöne nacht was machst du denn ich wollte pyjama noch anziehen aber es passt nicht ja du bist auch zu groß dafür dass mal gucken ob ich da reinpasst du bist ein bisschen zu also hast ein bisschen zu viel burgerpommes zum erzück gegessen oder abklapp zu das ding tschau bis morgen tschüss so leute hier sieht es aus im schrank hier verstecke ich mich heute oh man ist das geil leute die schließen gleichen laden hier wir müssen noch mal gucken wir bleiben heute hier man ich bin sicherheitsbeauftragter olaf ja komm olaf wir gehen marvin passt da rein ja sicher marvin sich hast du nicht ein paar funde zu viel drauf hast nein und wie ist das kinderbett geil ich glaube das kauf ich so leute wir haben es mittlerweile schon abend ich habe nicht sagen komm lass mal ein abendessen holen ja was essen wir heute den ganzen tag bei ikea burgerpommes ja eine gute lass mal burgerpommes gehen das gute idee komm mit wir holen burgerpommes entschuldigung habt ihr burgerpommes burgerpommes nein pommes von mir normale pommes willst du sonst was anderes essen ein Stück kuchen oder so zum abendbrot zimtschnecke ja ok zum abendbrot eine zimtschnecke zimtschnecke ist toll müssen wir das eigentlich noch bezahlen ne das ist im ikea alles gratis so kevin dann lass es dir schmecken warte das ist doch total kalt mach das doch eben hier eine mikrowelle war nicht mach das machst du mit deiner ich will die so kalt essen oder ja gut dann lass das auch babybrei jetzt mach den mal da auf die zimtschnecke drauf ja ich mach den da auch drauf witzig beschweren gehen ne das schmeckt gut kann man machen ja komm wir gucken jetzt mal weiter so ich bin bereit ja Achtung nicht so schnell ja chill mal ein bisschen kevin ok wo wollen wir hin lass mal gucken jetzt hier alten grützer ich muss moin ja lass mal auf den pot gehen Maben ist drückt schon ich hab noch ein Planschbecken wir machen das da rein schnell das Planschbecken aufbauen bei Ikea ey das können wir mit Blumen da können wir die Blumen rein stellen ja das machen wir da vorne willst du es einfach hinknallen ja ja wir gucken erstmal lass mich mal das aufbauen hier ist das nicht ein bisschen klein nein das ist gut da kannst du auch gleich rein machen und so ich ne das ist mir zu unangenehm das sieht keiner Leute wir pumpen jetzt das Planschbecken auf wo sollen wir das jetzt hin machen vorne oh ich geb ich dir ein paar Kisten kannst du da schlafen ja ne gib mal her ja ich bade da jetzt drinnen so Leute ich schlaf jetzt wir sehen uns später wieder machts gut tschau tschüss Marvin bis gleich so Kevin 19.51 die schließen gleich ja wir sind den ganzen Tag schon bei Ikea no joke nimm mal ne Klobörste mit wenn du sch*** musst muss man auch die Reste weg machen ja mach das doch oder zum Zähneputzen können wir die auch benutzen ne wir gehen wir gehen auf die auf die Toiletten für die Besucher hier die sind aber da achso ja geht da lang also hier Klobörste auch am Start lass mal wieder zu unserem Bett gehen ja wo ist das wir können auch hier kommen wir gehen hier ne kannst du auch hier duschen gehen weißt du was ich geh jetzt hier duschen und mach ich mich fertig halt mal fest so Leute ich zieh mich jetzt aus und dann sehen wir uns gleich wieder da frisch geduscht und fertig ich würd sagen jetzt ist mal lang Zeit Zähne zu putzen mach mich mal ein bisschen frisch hier klasse Zahnpasta mit ja ja ich geh mich mal um umziehen sich mit meinen anderen Klamotten wir dann kommen aus dem Baden raus ja okay tut mir leid ja ich film das nicht eine Sekunde bist du fertig ja ja wir können jetzt komm wir lassen wir jetzt mal Zähne putzen und wir haben noch mehr Spielzeug ich zeig dir mal was bereit ja der war total kacke und los wo ist denn alter der war krass mach mal so einen richtig weiten mach mal von da hinten einmal durch den ganzen Laden durch alter lass mal jetzt mal komm wir suchen jetzt einen Schlafplatz lass mal jetzt pennen was ist los wo willst du hin ich muss schliessen hä? dringend? ja total 55 Quadratmeter hab ich da zum kacken ey guck jetzt nicht ich muss kacken gucken oh Bruder geh mal scheiße ich bruch Papier achso und jetzt schlafen ja komm okay gute Nacht ja darf ich damit schlafen ja ja komm zu mir komm wir schlafen zusammen ah hier ja komm mach mal in den Kopf komm mach mal in den Kopf komm schlafen ach gute Nacht eine Ewigkeit später ich glaub wir sind wir haben viel zu lange nicht schlafen ja wie viel ist es? warte mal ich lass mich noch kurz gucken lass mich noch kurz gucken lass mich noch kurz gucken Digga ey wie lange haben wir gepennt? Alter ich weiß es ist 6 Uhr morgens lass mal abholen langsam hä? lass mal gehen ich hab eh keine Lust mehr ich hab voll Hunger ich auch komm wir holen ab jetzt hier lass mal raus digga was ist da rechts? guck mal hier ist ja überall dunkel alles dunkel digga oh mein Gott hier sind noch die Sessel so beleuchtet einfach nacht digga ey guck mal da haben wir doch da waren wir ja ja da waren wir lass mal weiter gucken ich bin nicht zu laut oh mein Gott digga WTF lass mal gucken wo wir jetzt lang gehen ich glaub ja lass mal geradeaus weiter komm mal mit Junge wie alles aussieht digga es ist alles dunkel da ist ein Notausgang da könnte eigentlich lang laufen oder? ja ja aber guck mal waren wir nicht hier haben wir auch mal abgesperrt oder nicht? bestimmt haben wir auch zugemacht lass mal lass mal gucken komm jetzt mal weiter hier ja stopp warte mal nicht so schnell ja warte mal oh mein Gott digga leute gebt euch das einfach mal wie krass das ist alles dunkel bruder Ikea immer nachts das ist nur noch das Notlicht was da an ist Leute also wirklich unfassbar komm wir gehen mal hier lang wir haben hier die ganzen Regale digga oh mein Gott Außenbereich ist da komm hä? Leute guck mal da der Pfeil ich hoffe echt dass hier keinen Alarm angeht ja jetzt Nojo wenn ihr in den Alarm angeht wir müssen wirklich aufpassen wir sind richtig am Arsch komm lass mal da an oh was? was war es für ein Blitz? Digga was war das denn gerade? habt ihr es gesehen Leute? so Leute ihr seht die Mitarbeiter sind erwischt worden vor uns ist der mit der gelben Jacke und hinter uns hallo ja ja sorry und hinter uns ist ist der andere ist der Security Man ja scheiße wir müssen jetzt wieder raus gehen da sind erwischt worden der ist nicht so laut guck mal wie schnell läuft denn der? ja wir müssen ein bisschen Abstand aufbauen damit der das nicht sieht weißt du? ja ja wir können jetzt einfach so abhauen oder? ja das ist krass geisteskrank oh mein Gott wo führt der uns hin? keine Ahnung Bruder ich hab gar keinen Plan Junge wir müssen alle durch den ganzen Laden laufen wegen DML Bruder oh mein Gott wie dunkel das alles ist Bruder man sieht gar nichts es ist so dunkel Bruder leise ist das krass Junge leise 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 Leute sind jetzt erwischt worden wir gehen jetzt raus alles dunkel hat die die Polizei nicht gerufen? doch ich glaub schon weil die Polizei wurde gerufen wir müssen jetzt raus gehen mach mal das Handy aus ja ja lass mal lass mal jetzt gehen so Freunde wir sind jetzt draußen und es ist frühmorgens ich muss sagen Bruder ich bin echt kaputt ey Digga und dann haben wir noch Kevin seinen Schlüssel verloren richtig lost und einfach vielen vielen Dank nochmal auch ans ganze Ikea Team das wir hier drehen durften war sehr sehr cool wir haben natürlich alles wieder weggeräumt Leute deswegen keine Angst schaut gerne mal hier vorbei und schreibt mal Hashtag Ikea ist cool unten in die Kommentare Kevin danke dass du mit mir hier warst ich glaub du bist mir jetzt einfach nur ins Bett ne? es war total krass Freunde also macht es auf keinen Fall nach ja und vielen Dank an Ikea und wenn ihr Müll macht auch immer schön wegräumen ich geh jetzt pennen ey ciao